Also, hier seht ihr das Ökonomikum. Das Gebäude teilen sich die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Das heißt, auch unser Fachschaftsbüro sitzt da drin. Wenn ihr reinkommt durch die Tür, direkt auf der rechten Seite durch die Glastür gehen und dann auf der linken Seite findet ihr unser Fachschaftsbüro. Und außerdem findet ihr im Keller des Ökonomikums auch die Bibliothek für die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Und außerdem haben die meisten wirtschaftswissenschaftlichen Lehrstühle auch hier im Ökonomikum ihren Sitz.